Wenn du sagst mir, was los ist, und zwar sofort. Okay, bitte. Dann werde ich ehrlich sein. Es ist schon ewig her. Es war kurz vor unserer Hochzeit. Da war ich knapp bei Kasse. Um unsere Ringe zu zahlen? Nein, ich wollte meinen Analogmodem-Imitationskurs bezahlen. Wow, das ist ziemlich gut. Sie haben Post. Gut noch.